Zunächst einmal möchte ich in Draufsicht, da habe ich sowas angelegt, was ähnlich ist wie ein Lageplan. Hier sieht man so ein bisschen, hier ist schon mal eingezeichnet. Wir haben unten unser Gebäude und jetzt geht es darum, wie kann ich Punktdateien schnell in Vicado einlesen. Gehen auf das Register Gelände und da gibt es eine neue Funktion, Gelände aus Punktdaten. Wenn ich das aufrufe, muss ich zunächst mal nach einer entsprechenden Datei suchen. Die habe ich natürlich hier liegen und Sie sehen hier unten, was möglich ist. Das sind Textdateien, Punktdateien und Excel-Dateien. Die können dann je nachdem, wie sie aufgebaut sind, durch die Werte, durch Komma, durch Semikolon, durch Bindestrich, durch Tab und so weiter erzeugt werden. Gucken wir uns das aber gleich an. Ich nehme mal hier dieses Gelände, öffne und jetzt muss ich durch so einen Eingabeassistent durch. Das ist zunächst einmal so, wie sich die Datei darstellt. Das ist jetzt die Datei, die wir eingelesen haben. Wir haben eine Spalte und wenn man genau guckt, sieht man, dass sie durch einen Semikolon die Werte getrennt sind. Wenn ich das jetzt hier aufrufe, das Semikolon und dann habe ich hier drei Spalten mit X, Y und Z-Koordinate. Wenn Sie das Ganze von Professor bekommen, sind da meistens noch ein paar mehr Spalten vorhanden. Das fängt dann mit der Nummerierung an und endet vielleicht nachher mit der Beschreibung, das ist jetzt ein Schacht, das ist ein Grenzstein, das ist eine Laterne oder das ist eine Bordsteinkante. Sie suchen sich hier den X, Y und Z-Wert aus und können dann in den nächsten Bereich gehen, auf die nächste Seite. Dort bekommen Sie zunächst einmal die Dimensionen angezeigt, damit Sie auch wissen, dass man es von der Dimension her stimmt. Also hier haben wir minus 1 Meter, 1,50 Meter als höchsten Punkt, 2,50 Meter, das passt. Dann Referenzniveau. Wenn Sie vom Vermesser jetzt nicht das Niveau 0 des Hauses bekommen, sondern eine Höhe über normalen 0, 326 Meter oder sonst was, dann tragen Sie diesen Wert hier ein und dann wird das Gelände auch Ihrem Gebäude angepasst. Das heißt, es liegt dann auf der gleichen Ebene und das Gebäude selbst hat dann auch die Information, ich liege bei 325 Meter. In dem Moment hier wäre es jetzt bei 0. Dann kommt diese Frage nach Norden ausrichten. Wir können ja über den Nordpfeil das ja eingeben, wo Norden ist. Sie werden ja nicht ein Gebäude nach Norden konstruieren, sondern Sie werden das parallel zu einer Grundstücksgrenze konstruieren. Sie können dann aber den Nordpfeil eingeben. Wenn der exakt eingestellt ist, brauche ich das Gelände nicht zu drehen. Wenn der nicht exakt eingestellt ist, muss ich es drehen. Ich drehe es jetzt einfach mal nachher. Und hier bei sehr großen Dateien, wenn Sie die von jetzt nicht direkt vom Vermesser bekommen, sondern von den Katastrophenämtern sind sie relativ groß, dann haben Sie hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nur alle Meter einen Punkt haben, damit das nicht zu groß wird, das Gelände. Ja, wenn ich jetzt weitergehe, ist jetzt was Organisatorisches. Es handelt sich ja um neues Gelände. Dann ist die Frage, wie heißt die neue Niveaufolie? Denn dort wird es reinkommen. Dann können Sie auch Urgelände reinschreiben und dann das Gelände kopieren und modellieren. Dann haben Sie zwei Gelände drin. Das ist natürlich alles möglich. Uns geht es aber jetzt zunächst mal darum, das Gelände einzulesen. Neue Folie Gelände soll okay sein. Ich möchte aber keine neue Sicht, weil ich das hier in den Lageplan geschrieben haben bekommen möchte. Oh Gott. So, was Sie jetzt hier sehen, ist einfach nichts passiert. Das hängt aber damit zusammen, dass wir hier das Gelände neu haben. Wenn ich das jetzt hier anklicke, dann sehen Sie, das liegt jetzt hier irgendwo. Entweder sagen Sie jetzt, dass das Gelände aktiv ist, dann können Sie es direkt anklicken. Ansonsten müssen Sie nur in aktiver Folie selektierbar nehmen. Und Sie schieben jetzt nicht das Haus und das Gelände, sondern das Gelände und das Haus. Das ganz einfach mit den normalen Verschiebebefehlen. Schieben wir es mal in die Nähe, dann können wir es jetzt besser angucken. Und der Punkt und der Punkt sind ja gemeinsam. Verschiebe diesen Punkt auf diesen Punkt. Und jetzt kann Sie sagen, diese Kante ist parallel zu dieser Kante. Das wäre dann der Rotationsbefehl. Sie sagen kann, das geht nach da. Und dann haben wir das Gelände eingelesen. Wir gucken es uns an. Und Sie sehen, das ist also jetzt das Gelände. Da steigt es an. Auf der anderen Seite fällt es hier etwas steiler ab. Wir können natürlich das Gelände uns ein bisschen näher betrachten. Ich schläge jetzt einfach mal einen Schnitt durch. So und da gehen wir mal in die Darstellung und sagen verdeckte Kanten. Also an diesem Schnitt sieht das Gelände so aus. Wenn wir das rausklappen, das ist ja auch eine neue Funktion, dass Sie alle Sichten, Draufsichten, Ansichten dann dementsprechend ins 3D klappen können. Dann sehen Sie hier auch die einzelnen Vermessungspunkte, die wir hier eingetragen haben. Und das ist jetzt eine richtige Triangulierung, die wir da haben. Früher haben wir das ein bisschen anders gemacht, noch bis vor zwei Jahren. Dort haben wir versucht, ein Gelände zu modellieren, das möglichst ausgerundet ist, das keine Gerade hat, damit es einfach für die Visualisierung her schöner aussieht. Das wäre, kann man sich auch hier nochmal angucken, das wäre diese Elementierung, die Sie von vor zwei Jahren kennen. Wobei diese Punkte halt, ich sage mal, geschätzt wurden. Relativ ausgerundet, sodass man da ein homogenes Gelände hat. Das, was Sie nachrechnen können, das geht natürlich nur dann, wenn Sie hier eine normale Triangulation haben. Und wenn man sich das Ganze mal im Schnitt anguckt, dann sieht man, hier haben wir wirklich Ecken, Kanten, Gerade. Wenn das die andere Elementierung ist, dann sehen Sie, dass das Gelände sehr rund wirkt. Also, wenn Sie nachrechnen wollen, wenn Sie den Verlauf genau brauchen, dann müssen Sie mit dieser oberen Einstellung arbeiten. Wenn wir uns das Gelände selbst anschauen, dann sehen Sie hier die einzelnen Höhenpunkte. Diese Höhenpunkte können wir jetzt auch anders darstellen. Das heißt, wir können jetzt hier in die Gelände Höhenpunkte, da sind sie, alles markieren, geht über diesen Pfeil hier oben, rechte Maustaste, Eigenschaften. Jetzt werden Sie hier natürlich nichts finden, was die Darstellung betrifft, weil die Darstellung nicht objektspezifisch, sondern sichtspezifisch ist. Wenn Sie das hier eingeschaltet haben, dann können Sie auch sagen, ich möchte gerne abweichende Darstellung, also aus einer Darstellungsvariante. Und da haben wir diese Darstellung. Und gucken wir mal nach. Das wären also jetzt die Punkte, die können eingestellt werden, Höhe über normal 0 wäre jetzt als Zusatztext, kann man auch weglassen. Ganz oft sind die natürlich auch ineinander geschrieben, weil die Punkte dicht liegen. Da haben wir die Möglichkeit, die Punkte einfach, also das Schriftfeld einfach zu verschieben. Durch die Linie haben wir dann den Bezug zu diesem Punkt hergestellt. Also das wäre jetzt die Möglichkeit, diese Höhenpunkte darzustellen. Was wir noch neu in der Version haben, ist, dass wir auch für die Höhenkoordinaten eine Darstellung für Höhenpunkte im Gelände haben. Das heißt, wir können jetzt an jeder beliebigen Stelle uns die Höhen anzeigen lassen und haben jetzt hier zum Beispiel minus 63 Zentimeter dann hier an der Stelle definiert. Also auch eine neue Möglichkeit, jetzt auch ganz speziell Punkte an Hausecken und so weiter dann dementsprechend vom Gelände her zu bemaßen. Gut. Gut. Gut.